Im Laufe des Lebens gewinnt der Mensch durch ständig aufeinanderfolgende Erkenntnisprozesse neues Bewusstsein. Puzzleteile kommen hinzu und die, die nicht ins Bild passen, fallen weg oder werden für andere Modelle aufbewahrt. Als Säugling und Kleinkind ist völlig klar, dass Mama und Papa die Welt regieren. Sobald man das Haus verlässt und in den Kindergarten geht, erwächst der Glaube, dass die Polizei die höchste Instanz ist. Im Schulalter bekommt der Mensch einleuchtend dargelegt, dass Politik und Politiker die Welt regieren. Einige Menschen, die sich zu Recht als ausgelernt bezeichnen dürfen, verharren bis heute in diesem Bewusstseinszustand. Einige andere gelangen nach vielen Entwirrungen und Enttäuschungen zu der sprichwörtlichen Schlussfolgerung, Geld regiert die Welt. Die Tatsache, dass Sie heute zu diesem Vortrag gekommen sind, erlaubt mir die Annahme, dass Sie mindestens dieses Stadium der Bewusstwerdung erreicht haben. Geld regiert die Welt und die Frage, die man sich nun stellt, ist, wer regiert das Geld. Unser heutiger Vortragsredner Ernst Wolf hat sich intensiv mit der Geschichte des Geldes, ihren geopolitischen Auswirkungen und den Mechanismen geldbedingter Systeme befasst und diese Erkenntnisse in Büchern, Zeitschriften, Blogs und anderen Medien publiziert. Es ist mir eine Ehre, ihn im Namen von 321 und Human Connection.org heute hier ankündigen zu dürfen. Begrüßen Sie mit großem Applaus Ernst Wolf. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Vielen Dank grundsätzlich auch für die Einladung und die Gelegenheit, hier heute sprechen zu können. Vielen Dank an die Technik im Hintergrund und alle, die hier bei den Vorbereitungen mitgeholfen haben. Und vielen Dank Ihnen allen, dass Sie gekommen sind, um mir heute zuzuhören. Unser Thema heute ist ja die Bedrohung von uns allen durch das globale Finanzsystem mit dem Obertitel Finanz-Tsunami. Ich bin auf diese Idee gekommen im Jahre 2011, als sich dieser Tsunami in Japan ereignet hat, der zu der Nuklearkatastrophe um Fukushima geführt hat. Und zwar ist mir damals durch die ganze Berichterstattung klar geworden, wie so ein Tsunami funktioniert. Und dann sind mir einige Parallelen aufgefallen. Und zwar, ein Tsunami ist ja nichts anderes, als dass sich Erdplatten unter dem Meer über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende gegeneinander bewegen und irgendwann eine solche Spannung erzeugen, dass sie übereinander springen, dass sich das Wasser über ihnen dann hebt, dass sich eine Meereswelle bildet, die dann irgendwann an Land abläuft und an Land ganz große Zerstörungen anrichtet. Und ich denke, und ich habe mich damals gerade intensiv mit all diesen Fragen beschäftigt, weil ich damals damit beschäftigt war, das Buch über den IWF zu schreiben. Und mir sind damals vier ganz große Parallelen zwischen einem Tsunami in der Natur und dem, was sich im Finanzsystem tut, aufgefallen. Das Erste ist, dass vor der Katastrophe eine sehr, sehr lange Periode liegt, in der sich alles vorbereitet. Also dieses Gegeneinander schieben der Platten dauert, wie ich ja eben schon gesagt habe, manchmal Jahrzehnte, Jahrhunderte, sogar Jahrtausende. Das Eintreten der Katastrophe erfolgt ganz plötzlich und ist für den, der das Ganze als Laie betrachtet, überhaupt nicht zu sehen, weil es sich ja unter der Meeresoberfläche abspielt. Für die Opfer ist das, was passiert, völlig unerwartet. Also bei dem Tsunami 2004, glaube ich, war es, sind ja in Indonesien ungefähr eine Viertelmillion Menschen gestorben, die überhaupt keine Ahnung hatten von dem, was sie da innerhalb von Sekunden erwarten würde. Und die Zerstörung nach diesem Tsunami war natürlich immens und die ist nach jedem Tsunami immens. Und ich denke, wenn wir da Parallelen zum globalen Finanzsystem ziehen, dann finden wir vor allem eine große Parallele, gerade in den letzten zehn Jahren, nämlich, dass der Prozess, der zur Katastrophe hinführt, ein sehr trügerischer ist, indem man die Prozesse, die die Katastrophe schlussendlich auslösen, überhaupt nicht bemerkt. Und zu dem Zweck, würde ich sagen, sollte man mal einen kurzen Blick werfen zurück auf die letzten zehn Jahre. Weil die letzten zehn Jahre zeichnen sich dadurch aus, dass sich politisch sehr viel getan hat, dass es sehr viele Sozialunruhen und Umwälzungen in der Welt gegeben hat, aber dass es eine Größe gegeben hat, die von all dem ausgenommen war. Also was ist in den letzten Jahren so an Wichtigen passiert, in den letzten zehn Jahren seit der Katastrophe von 2008? Das eine, was passiert ist, ist, dass das fortschrittlichste Land in Afrika, das Land mit dem höchsten Lebensstandard von den USA und der NATO in einen Trümmerhaufen verwandelt wurde, nämlich Libyen. Libyen hatte den höchsten Lebensstandard aller afrikanischen Länder. In Libyen waren Mieten unbekannt, es waren Medizinzahlungen unbekannt und es gab ein freies Bildungssystem. Dieses Land liegt heute in Schutt und Asche. Ein anderes Land ist Syrien. Syrien ist das unter den Ländern im Nahen Osten schon damals immer das am westlichsten orientierte gewesen und ein Magnet natürlich auch für Touristen wegen der großen Attraktion, der geschichtlichen, historischen Attraktion. Syrien ist auch in einen Trümmerhaufen verwandelt worden. Das Ergebnis von beiden Katastrophen ist, dass wir in Europa die größten Flüchtlingsströme seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Das hätte sich wahrscheinlich im Jahre 2008 auch niemand ausmalen können, dass das einmal in Europa zu einem großen Problem wird. Danach haben wir erlebt, dass mit Großbritannien zum ersten Mal ein Land aus der EU ausscheren will. Das ist auch etwas, was man sich vorher kaum hätte vorstellen können. Und wahrscheinlich noch weniger vorstellen können, hätte man sich, dass Donald Trump Präsident der USA wird. Und das letzte Punkt, würde ich sagen, der gerade im letzten Wochenende hier vielleicht den meisten nochmal richtig aufgefallen ist, ist, dass die deutsche Parteienlandschaft ja vollkommen in Unordnung geraten ist. Dass die großen Volksparteien plötzlich an Mitgliedern, an drastischem Mitgliederschwund leiden. Dass neue Parteien sich bilden. Dass das gesamte Parteiengefüge hier nicht mehr das ist, was es einmal gewesen ist. Das heißt, wir haben es also im politischen und im sozialen Bereich mit riesigen Umwälzungen zu tun gehabt. Und man kann wohl ohne Übertreibung sagen, dass die zehn Jahre, die hinter uns liegen, mit zu den turbulentesten der Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg gehören. Es gab allerdings, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, es gab allerdings eine Größe, die in den zehn Jahren an Kontinuität und an Stabilität kaum zu übertreffen war. Und das sind die Finanzmärkte. Während es in der Politik ein ständiges Auf und Ab gegeben hat, haben die Finanzmärkte über einen Zeitraum von über 115 Monaten nur eine Richtung gekannt, nämlich nach oben. Es war ganz egal, was geschah. Es war ganz egal, welche Meldungen durch die Medien gingen. Die Finanzmärkte haben sich zehn Jahre lang durch nichts erschüttern lassen. Und das, obwohl wir 2007 und 2008 die größte Finanzkrise aller Zeiten erlebt haben. Die Krise von 2007-2008 wird ja ganz oft verglichen mit dem Crash von 1929, der zur großen Depression geführt hat. Aber es gibt einen absolut fundamentalen Unterschied zwischen beiden Krisen. Das System hat sich nämlich nach 1929 aus eigener Kraft wieder erholt. Das heißt, das hat zwar nachher die große Depression gegeben, es hat Arbeitslosigkeit gegeben, es hat Obdachlosigkeit gegeben, es hat sehr viel menschliches Leid gegeben, aber das System ist ohne Hilfe von außen wieder auf die Beine gekommen. Im Herbst 2008 sah das anders aus. Im Herbst 2008 war das System klinisch tot und musste künstlich wiederbelebt werden. Und wenn man bei diesem medizinischen Bild bleiben will, als Notarzt sind damals die Regierungen eingesprungen. Die Regierungen haben 2008 private Institute mit öffentlichen Geldern gerettet. Und zwar mit der größten Vermögensumverteilung aller Zeiten von unten nach oben. Und das war noch nicht einmal alles. Nach der Wiederbelebung musste das System nämlich auch noch künstlich am Leben erhalten werden. Und wenn wir wieder mit dem medizinischen Bild arbeiten wollen, dann kann man sich vorstellen, dass das System damals auf die Intensivstation gebracht wurde und dass dort die Rolle der Intensivmediziner die Zentralbanken übernommen haben. Und die Zentralbanken haben gearbeitet mit zwei Drogen. Sie haben riesige Geldmengen geschaffen und sie haben immer niedrigere Zinssätze angesetzt. Also die Geldmengen, die weltweit von den Zentralbanken seit 2008 geschaffen wurden, bewegen sich so im Rahmen von 15 bis 16 Billionen US-Dollar. Und die Zinsen sind von den Zentralbanken seit der Krise von 2008 insgesamt weltweit mehr als 700 Mal gesenkt worden. Offiziell ist immer wieder behauptet worden, diese Maßnahmen würden dazu dienen, um die Wirtschaft, die Weltwirtschaft anzukurbeln. Das aber ist nicht wahr. Das Geld ist zum überwiegenden Teil wieder in die Finanzspekulation geflossen und hat die Finanzmärkte weiter aufgeblasen. Und da das Aufblasen von Finanzmärkten dazu führt, dass diese Blasen irgendwann platzen können, sind die Zentralbanken gezwungen gewesen, sogar noch mehrere Schritte weiterzugehen. Zur Stabilisierung der Finanzmärkte haben sie direkt in die Märkte eingegriffen, was sie vorher niemals getan haben und das schrittweise. Und zwar zuerst haben sie toxische Papiere aufgekauft. Das heißt, Wertpapiere, die auf dem Markt nicht mehr zum Einkaufswert zu veräußern waren, die haben sie den Banken zu dem Ausgabewert wieder abgenommen. Das heißt, wenn ein Pfandbrief meinetwegen 1.000 Euro wert gewesen ist und dann aufgrund der Krise plötzlich am freien Markt nur noch für 300 zu verkaufen war, haben die Zentralbanken den Banken das für 1.000 Euro abgenommen. Die haben also praktisch die Löcher der Geschäftsbanken auf diese Art und Weise wieder aufgefüllt. Das nächste war, die Zentralbanken haben faule Kredite der Banken übernommen. Faule Kredite, das sind Kredite, von denen man annimmt, dass der Kreditnehmer sie möglicherweise nicht bezahlen kann. Das heißt, auch da ist den Geschäftsbanken ein Risiko abgenommen worden. Da ist das Geld einfach in dem schwarzen Loch der Zentralbank verschwunden, das Risiko. Dann haben die Zentralbanken den nächsten Schritt unternommen und haben angefangen, Staatsanleihen zu kaufen. Und zwar Staatsanleihen von Staaten, die eigentlich bankrott waren. Es sind damals Staatsanleihen gekauft worden von Griechenland. Es sind Staatsanleihen gekauft worden von Portugal. Spanien, Italien, Irland. Alles Länder, die ihre Staatsanleihen zu normalen Bedingungen an freien Märkten nicht mehr hätten verkaufen können. Auf diese Weise sind vor allem die Regierungen in diesen Ländern stabilisiert worden. Der nächste Schritt war dann, die Zentralbanken sind noch weitergegangen und haben Unternehmensanleihen gekauft. Das heißt, sie haben direkt mitgeholfen, dass bestimmte Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten sind, am Leben erhalten wurden. Das nächste, und das ist der bisher größte Schritt gewesen ist, die Zentralbanken haben dann auch noch angefangen, Aktien zu kaufen. Es ist heute so, dass einige Zentralbanken zu den größten Aktionären der Welt gehören. Die Bank of Japan zum Beispiel ist der größte Aktionär in Japan. Dann gibt es inzwischen auch eine internationale Zusammenarbeit zwischen den Zentralbanken. Es ist so zum Beispiel, dass die die SNB, die Schweizer Nationalbank, einer der größten Halter von Apple, Amazon, Facebook, Netflix und Google-Aktien ist. Man muss sich das immer so vorstellen, Zentralbanken sind ja Banken, die das Geld selbst schaffen können. Und wenn die Aktien kaufen können, können die praktisch den Aktienkurs nach ihrem eigenen Gusto festlegen und bestimmen. Und das Letzte ist, dass die Zentralbanken in den letzten Monaten und Jahren auch noch angefangen haben, Verbriefungen zu kaufen. Verbriefungen sind genau die Finanzprodukte, die 2008 in die große Krise geführt haben. Das sind hochriskante Finanzprodukte, die ich später auch nochmal erklären werde. Auf jeden Fall auf diese Art und Weise haben wir in den letzten zehn Jahren die größte und umfassendste Manipulation, die das Finanzsystem je erlebt hat, mit ansehen müssen. Außerdem muss man sagen, wir stecken heute in dem größten Geldexperiment, das die Geschichte ist, die Menschheit bisher erlebt hat. Weil das, was in den letzten zehn Jahren getan wurde, ist vorher nie getan worden und kein Mensch kann wirklich genau sagen, in welche Richtung das führt. Man weiß, dass es irgendwann zu einem Crash kommen wird, aber man weiß nicht genau, wie sich das im Einzelnen entwickelt. Wem hat das Ganze genützt? Das Ganze hat genau denen genützt, die die Krise verschuldet haben. Es sind die Verursacher der Krise, die seit zehn Jahren die großen Gewinner sind, die von der Rettung der Banken und der großen Finanzinstitute profitieren. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass die Finanzindustrie heute mächtiger ist als jemals zuvor. Und nicht nur das, die Finanzindustrie hat sich in den letzten zehn Jahren, hat in den letzten zehn Jahren versucht, ihre Macht im Stil eines mittelalterlichen Monarchen auf Lebenszeit zu sichern. Sie hat nämlich die größten Institute von der Politik für systemisch notwendig und unverzichtbar erklären lassen und damit für too big to fail. Damit ist der mächtigste Teil des Systems über die Märkte und vor allem über Recht und Ordnung gestellt worden und für unantastbar erklärt worden. Auch das hat es noch nie gegeben und das hat gravierende Folgen. Das heißt nämlich, dass die Betreiber dieser Finanzinstitutionen sich praktisch jede noch so riskante Spekulation leisten können, in dem Bewusstsein, dass sie ja anschließend sowieso wieder gerettet werden. Das heißt, wir haben im Finanzsystem heute Zustände wie im Absolutismus und eigentlich sogar noch schlimmer als im Absolutismus, weil im Absolutismus Kaiser und Könige ihre geografisch begrenzten Reiche hatten. Die Finanzindustrie dagegen herrscht heute über die gesamte Welt und zwar bis in den letzten Winkel. Also all das klingt sehr düster und sehr bedrohlich und ich muss sagen, das ist es auch, aber das bedeutet nicht, dass es ewig so weitergehen muss. Das Ganze hat nämlich auch eine Kehrseite. Die absolute Herrschaft der Finanzindustrie ist nämlich auf Sand gebaut und kann mit mathematischer Sicherheit nicht auf ewig und unbegrenzt so weitergehen. Und das aus einem einfachen Grund. Weil die Maßnahmen, die zur Lebenserhaltung des Systems dienen, es gleichzeitig untergraben haben und es in Zukunft immer weiter und zwar exponentiell zunehmend untergraben werden. Es gibt Wahrheiten, an denen auch die Finanzindustrie nicht vorbeikommt. Erstens, man kann nicht unentwegt Geld schöpfen, ohne irgendwann in eine Hyperinflation zu kommen. Und zweitens, man kann nicht ungestraft Zinsen senken, ohne eine Schuldenlawine zu produzieren. Beides ist in den vergangenen zehn Jahren passiert. Der Schuldenstand ist heute so hoch wie nie zuvor. Unter Schulden versteht man die Staatsschulden, die Unternehmensschulden und die privaten Haushaltsschulden. Alle zusammen betragen heute weltweit gesehen zwischen 250 und 350 Billionen US-Dollar. Wir sehen heute eine Hyperinflation, die sich an den Finanzmärkten abzeichnet und zwar an den Immobilienmärkten, an den Aktienmärkten und an den Anleihenmärkten. Im Alltag erleben wir diese Inflation nur sehr gebremst, nur sehr schleichend. Deswegen, weil die Wirtschaft in den letzten Jahren weitgehend stagniert hat und die Kaufkraft der Menschen einfach nicht mehr an Preisniveau hergibt. Was jetzt passiert ist in den letzten Wochen und in Amerika schon seit anderthalb Jahren, ist, dass die Verantwortlichen diese Probleme auch sehen und dass die Verantwortlichen versuchen, zurückzurudern und die Entwicklung in eine andere Richtung zu drehen. Dazu hat die FED in den letzten zwei Jahren, ich glaube vier oder fünf, sechs Mal inzwischen die Zinsen erhöht. Und zwar immer nur um sehr, sehr kleine, geringe Beträge, weil man Angst hätte, eine größere Erhöhung könnte die Finanzmärkte verschrecken. Die EZB hat die Zinsen bis heute bei Null belassen, aber fährt ihre Anleihenkäufe weitgehend zurück. Also die haben 2016 angefangen, 80 Milliarden in das System reinzupuppen pro Monat. Dann haben sie 60 Milliarden reingepumpt und jetzt sind es noch 30 und es wird demnächst, so sagen sie jedenfalls, auf Null zurückgeschraubt. Das Problem ist, dass sowohl die FED als auch die EZB genau wie alle anderen Zentralbanken in der Falle sitzen. Höhere Zinsen führen zu höheren Belastungen von Schuldnern, also fast allen Marktteilnehmern. Sie führen zur Flucht aus den Aktien, in Staatsanleihen, Pfandbriefe und sichere Wertpapiere. Das bedeutet, die Kurse sinken und eine Abwärtsspirale wird in Gang gesetzt. Das wiederum heißt, dass viele Kreditgeber ihre Schulden einfordern. Weniger lockeres Geld drucken bedeutet, es wird weniger spekuliert. Die Kurse fallen. Da viele auf Kredit spekuliert haben, geraten sie in Schwierigkeiten. Die Kreditgeber merken das und verlangen ihr Geld zurück. Und das Ergebnis ist das, was die Banker den Margin Call nennen. Also ein Margin Call tritt dann auf, wenn die Kurse plötzlich fallen, wenn ganz viele Leute auf Pump spekuliert haben. Und die Kreditgeber merken, dadurch die fallenden Kurse werden die Leute in Schwierigkeiten kommen, das Geld nicht mehr zurückzahlen können und fordern dann plötzlich ihr Geld rein. Das bedeutet, dann eine riesige Welle entsteht und diese Welle lässt die Märkte dann zusammenbrechen. Also das ist eine von den Gefahren, vor denen wir heute stehen. Insgesamt heißt das, dass wir heute an einem Punkt stehen, in dem das System, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, sich selbst zersetzt und schlussendlich sich selbst zerstören muss. Wie lange dieser Prozess dauern wird, kann niemand voraussagen. Und zwar deswegen, weil ja niemand genau voraussagen kann, welche Manipulationen des Systems noch ergriffen werden. Aber der Trend ist klar, das System kann so nicht auf Dauer überleben. Und ganz wichtig sind die sozialen Folgen, die das Ganze hat. Also wir können heute schon mit absoluter Sicherheit voraussagen, es wird Folgendes kommen. Der Niedriglohnsektor wird weiter zunehmen. Die Sozialleistungen werden weiter gekürzt werden. Steuern werden weiter erhöht werden. Renten werden ausfallen. Verbraucherpreise werden irgendwann inflationär anziehen. Der Lebensstandard insgesamt wird drastisch sinken. Demokratische Rechte werden eingeschränkt werden. Die Bargeldabschaffung wird voranschreiten. Und die Überwachung von uns allen wird zunehmen. Die Frage ist, kann man diesen Prozess durch Reformen stoppen? Die Antwort ist, durch Reformen nein. Und zwar aus einem Grund. Das Finanzsystem ist in den letzten 30 Jahren vollständig außer Kontrolle geraten und hat sich wie ein Tumor über der ganzen Welt ausgebreitet. Es entzieht sich der nationalen Gesetzgebung und führt ein Eigenleben, das alles andere überlagert und beherrscht. Ein kleines Beispiel dafür ist der hilflose Versuch, eine Transaktionssteuer irgendwo einzuführen. Sobald ein Land in einem Land die Politiker das auch nur erwähnt haben, haben die Zentralbanken damit gedroht, dieses Land einfach zu umgehen. Ein ganz herausragendes Beispiel für die Macht der Zentralbanken in diesen Fragen war Griechenland. In Griechenland haben die Menschen abgestimmt, dass sie mit der Austeritätspolitik nicht einverstanden sind. Eine Regierung ist gewählt worden in Griechenland, die sich gegen die Austeritätspolitik ausgesprochen hatte, die Syriza damals. Die EZB hat bereits acht Tage vor der Wahl Griechenland von allen Kapitalflüssen abgeschnitten und das Land auf die Art und Weise und die Regierung auf die Art und Weise in die Knie gezwungen. Die wichtigste Frage, die sich für uns alle jetzt stellt, ist, wie sind wir in diese Lage gekommen? Denn nur wenn wir das genau bestimmen können, wie wir in diese Lage gekommen sind, können wir auch Möglichkeiten eruieren, wie wir wieder aus dieser Lage herauskommen. Und dazu habe ich mal die für mich sechs entscheidenden Punkte herausgenommen, weil unsere Zeit ja heute Abend auch begrenzt ist. Also erstens, wichtig für das Verständnis des globalen Finanzsystems, ist die entscheidende Rolle des US-Dollars. Zweitens, die entscheidende Rolle des Neoliberalismus. Drittens, die Globalisierung. Viertens, die Deregulierung. Fünftens, die Übernahme der Steuerung des Finanzsektors durch die Zentralbanken, die ich ja eben schon einigermaßen erklärt habe. Und sechstens, die unverhüllte Diktatur des Finanzsektors in Gestalt von Organisationen wie der Troika- oder Technokratenregierungen. Ich fange jetzt mal an mit der Bedeutung des US-Dollars. Unser gegenwärtiges Finanzsystem stammt ja aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals ist ja in Bretton Woods dieses neue System festgelegt worden. Und zwar der Hintergrund war, dass die USA als mächtigstes Land aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen sind, aber ein großes Problem hatten, nämlich die Überproduktion. Die USA haben damals mehr Waren produziert, als der heimische Markt aufnehmen konnte. Und deswegen brauchten die USA, die ja die größte und stärkste Wirtschaft der Welt hatten, brauchten sie neue Märkte. Und zu dem Zweck haben sie etwas getan, was kein Land zuvor jemals getan hat. Sie haben ihre eigene Währung zur weltweiten Leitwährung gemacht. Sie haben also den Dollar ans Gold gebunden und den der all anderen Währungen der Welt zu festen Wechselkursen an den Dollar gebunden. Auf diese Art und Weise haben sie sich sämtliche Märkte der Welt eröffnet und das Ergebnis davon war der große Nachkriegsboom, der so von 1948 bis 1973 ungefähr gedauert hat. Also 25 Jahre, in denen die USA die Welt mit ihrem Geld und mit ihren Waren überschwemmt haben. In dieser Zeit hat der Kapitalismus eine Blüte erlebt, die ihm ja vorher niemand zugetraut hätte. Und das hat dann auch zu bestimmten politischen Konzepten geführt. Also in den 50er, 60er Jahren ist so zum Beispiel das Konzept des Sozialstaates entstanden, weil man geglaubt hat, wenn die Steuereinnahmen immer weiter in die Höhe gehen, dann kann sich der Staat auch erlauben, immer größere Sozialleistungen. Also das war so praktisch die Grundlage, auf der das Konzept des Sozialstaates damals entstanden ist. Das ganze Bild wurde dann in den 60er Jahren ein wenig eingetrübt, weil es damals ein immer größeres Missverhältnis zwischen dem Dollar und dem Gold gab. Also in der Welt flossen dann immer mehr Dollar herum, aber die Menge an Gold, die bleibt ja relativ gleich. Also das Gold, was in einem Jahr geschürft wird, ist ein eher zu vernachlässigender Faktor. Also es gab ein immer größeres Missverhältnis zwischen den beiden und das ist natürlich den Investoren auch aufgefallen. Und die haben dann Angst gehabt und haben angefangen, Gold aufzukaufen. Und dann ist jemand auf diesen Zug aufgesprungen und das war der französische Präsident Charles de Gaulle. Der hat nämlich die französischen Goldvorräte, die damals in New York gelagert waren, zurückverlangt nach Frankreich. Und das war natürlich ein Signal für ganz viele Investoren, sich auf den Weg zur Bank zu machen und ihr Gold einzufordern. Und da mussten die Banken dann natürlich irgendwann kapitulieren und dann hat die Regierung eingegriffen und die Gold-Dollar-Bindung im Jahre 1971 abgeschafft. Und das muss man sagen, ist aus heutiger Sicht eines der wichtigsten Ereignisse des letzten Jahrhunderts gewesen, weil dadurch die weltweit wichtigste Währung zu einer Scheinwährung gemacht wurde. Also der Dollar war damals nicht mehr an irgendeinen materiellen Wert gebunden. Trotzdem hat der Dollar seinen Siegeszug ja fortgesetzt und das aus einem ganz einfachen Grunde, weil die amerikanische Regierung damals unter Nixon und seinem Außenminister Kissinger einen wirklich unglaublich raffinierten Schachzug dann durchgeführt hat. Und zwar, die Älteren werden sich daran erinnern, 1973 hatten wir die große Ölkrise. Damals gab es eine militärische Auseinandersetzung oder einen Krieg zwischen Israel und einigen arabischen Staaten. Und die arabischen Staaten, aus Verärgerung darüber, dass der Westen Israel unterstützt hat, haben damals ihre Öllieferungen in den Westen eingeschränkt. Und dadurch ist der Ölpreis ums Vierfache gestiegen. Das hat viele Leute auf die Idee gebracht, also mit der Idee konfrontiert, dass Öl ja die wichtigste und meistverbreitete Ware der Welt ist. Und das hat dann Nixon und Kissinger auf die Idee gebracht, dass man den Dollar ja vielleicht an das Öl koppeln könnte. Und das haben sie dann tatsächlich gemacht und zwar mit einem Vertrag, den sie mit Saudi-Arabien abgeschlossen haben. Saudi-Arabien war damals der größte Erdölproduzent der Erde und das führende Land innerhalb der OPEC, der Organisation Erdölexportierender Länder. Und die USA haben mit Saudi-Arabien folgenden Vertrag abgeschlossen. Die USA haben den Saudi-Arabern garantiert, Schutz vor ihren Feinden, also vor Israel, vor Syrien, vor dem Iran, vor der Hezbollah im Libanon. Und im Gegenzug musste Saudi-Arabien den Amerikanern zusichern, dass sie sich in der OPEC dafür stärken würden, dass von da an Öl weltweit nur noch in Dollar gehandelt wird. Das Abkommen ist sofort abgeschlossen worden, war damals ein Geheimabkommen, ist erst viel später ans Tageslicht gekommen. Aber dieses Abkommen hat dafür gesorgt, dass der Petrodollar entstanden ist. Und der Petrodollar ist praktisch heute noch die entscheidende Währung auf der Welt und dieser Schub durch den Petrodollar hat dem Dollar praktisch seine Oberhoheit über das gesamte Finanzsystem weiter erhalten. Wichtig dabei ist zu wissen, dass heute die Zentralbank in aller Welt, weil ja jedes Jahr jedes Land auf Erdöllieferungen angewiesen ist, dass alle Zentralbanken der Welt heute ganz große Devisenreserven in Dollar halten müssen. Also im Schnitt halten die Zentralbanken ungefähr 60 Prozent ihres Geldes in US-Dollar. Und wichtig ist dabei zu wissen, dass der Dollar ja immer noch heute auch noch nur von einer Organisation geschaffen werden darf, nämlich der Zentralbank der USA. Das heißt, die USA haben auf diese Weise einen Hebel, einen ökonomischen und finanziellen Hebel, mit dem sie Druck auf die ganze Welt ausüben können. Und wie groß dieser Druck ist, haben wir gesehen im Irakkrieg, das haben wir gesehen im Libyenkrieg, das haben wir jetzt gesehen in der Khashoggi-Affäre. Und zwar ist es ganz einfach so, dass damals Saddam Hussein im Irak angefangen hat, sein Öl für Euro zu verkaufen. Das war sein Todesurteil. In Libyen hat Muammar Gaddafi angefangen, mit anderen Staatschefs in Nordafrika zu verhandeln, über eine neue Währung, und zwar einen goldgedeckten Dinar. Ein goldgedeckter Dinar hätte dem US-Dollar damals große Konkurrenz gemacht. Und das Dritte ist jetzt die Khashoggi-Affäre. Wir sehen ja in der Khashoggi-Affäre, wie sehr die Amerikaner, oder gerade der Präsident, an seiner Beziehung zum saudischen Regime festhält. Und wie wichtig praktisch Saudi-Arabien für die Welt ist. Saudi-Arabien ist eigentlich nur ein kleines Land mit wenigen Einwohnern und auch nicht mehr so reich, wie es früher gewesen ist. Saudi-Arabien hat zurzeit große, große Probleme, wirtschaftlicher Art, weil sich abzeichnet, dass die Ölvorräte zu Ende gehen. Aber Saudi-Arabien ist eben aufgrund des Petrodollars heute für die USA noch ungeheuer wichtig. Außerdem wird die Zukunft des Dollars im Moment durch zwei andere Länder infrage gestellt. Das eine ist China und das andere ist Russland. Also der Petrodollar hat ja, die Grundlage des Petrodollars war ja, dass international Öl nur in Dollar gehandelt wird. Aber die Russen und die Chinesen haben das durchbrochen vor einigen Jahren. Die haben einen riesigen Energievertrag abgeschlossen in Rubel und Yuan. Und auch Venezuela hat zum Beispiel vor einiger Zeit erklärt, dass es sein Erdöl jetzt in Yuan verkaufen wird. Also da brodelt es im Moment unter der Oberfläche. Und es gibt jede Menge Probleme für den Dollar. Und das wiederum bedeutet auch, dass die amerikanische Regierung heute praktisch von einem Problem ins nächste hineinschlittert. So viel erstmal zum Dollar, dann zum nächsten Thema, zum Neoliberalismus. Also das ist ja eine Vokabel, die einem immer wieder begegnet. Wir haben eben schon davon gesprochen, der Nachkriegsboom hat von 1948 bis 1973 gedauert. Im Jahre 1973, da werden sich auch die Älteren daran erinnern, gab es den Putsch in Chile. Damals ist der sozialistische Präsident Salvador Allende gestürzt und ermordet worden, mithilfe des CIA. Und es ist ein General namens Pinochet an die Macht gekommen worden und hat eine Militärdiktatur errichtet. Das war das eine. Und das Interessante daran ist, dass der General Pinochet sofort nach der Machtergreifung 30 Ökonomen, 30 Volkswirtschaftler ins Land geholt hat, die von der Chicago School of Economics kamen. Und das ist so die Brutstätte praktisch des Neoliberalismus. Also der Neoliberalismus geht zurück auf Namen wie Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek. Aber der neue Neoliberalismus hat seinen Ursprung eigentlich in der Chicago School of Economics. Um zu erklären und zu verstehen, was Neoliberalismus bedeutet, ist es einfach am besten, wenn man sich eine Gegenströmung in der Volkswirtschaft ansieht. Und zwar ist das der Keynesianismus. Es gibt also in der Volkswirtschaft auf der einen Seite die Neoliberalen, auf der anderen Seite gibt es die Keynesianer. Keynes, das war ein großer Ökonom der Engländer, das war übrigens der Mann, der die englische Delegation in Bretton Woods angeführt hat, zeitweilig Finanzminister. Keynes Glaubensbekenntnis war, wenn es zur Krise kommt, dann soll der Staat helfend eingreifen. Also seine Idee war, wenn es zu Rezessionen oder auch zu Depressionen kommt, dann sollte der Staat Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durchführen. Das heißt zum Beispiel große Infrastrukturprojekte auf den Weg bringen, um möglichst viele Leute in Beschäftigung zu bringen, also die Arbeitslosigkeit auf die Art und Weise zu bekämpfen, mit dem großen Hintergedanken, dass diese Leute ja wieder Geld verdienen und dass dieses Geld ja wieder praktisch über den Konsum in die Wirtschaft fließt. Die Neoliberalen schreien immer auf, wenn sie dieses Konzept hören, weil die Neoliberalen predigen immer die absolute Oberhoherrschaft des Marktes. Also Neoliberale werden ihnen immer sagen, also wir sind dafür, dass die Politik sich und der Staat sich aus allem raushält und dass man die Wirtschaft einfach nur sich über den Markt regeln lässt. Weil da gibt es ja das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Da kann derjenige, der auf dem Markt bestehen kann, der soll auch überleben und wer auf dem Markt nicht stark genug ist, der soll auch vom Markt verschwinden. Das große Problem dabei ist, dass die Märkte heute nicht mehr nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage funktionieren, sondern die Märkte sind heute derart manipuliert, dass Angebot und Nachfrage teilweise überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also einmal sind es die großen Monopole, die alles beherrschen. Das heißt, dass der Mittelstand zum Beispiel überhaupt keine Chancen hätte gegenüber den Großen. Und das Zweite ist, was ich eben schon erklärt habe, ist, dass die Zentralbanken ja sowieso von hinten alles steuern. Also wenn die Zentralbanken Aktien kaufen, dann nützt mir das nichts mehr, ob Leute nachfragen nach Aktien oder ob es ein Überangebot oder ein Unterangebot gibt. All das wird ja gesteuert über die Zentralbanken. Deshalb ist der Neoliberalismus im Grunde nichts anderes als die Philosophie der Großbanken und der Großkonzerne. Weil denen nützt das. Wenn man den Leuten erzählt, der Markt soll alles regulieren, die Regierung hält sich raus, gut, dann hält sich die Regierung raus, dann haben die Monopole und die Banken, das heißt, die große Finanzelite, hat dann die Macht über die Märkte. Interessant dabei ist eben, dass das erste Land, in dem dieses Konzept richtig durchgesetzt wurde, damals Chile war, und zwar im Rahmen einer Militärdiktatur. Für die einfache Bevölkerung waren die Auswirkungen katastrophal. Die Löhne wurden damals auf breiter Front gesenkt. Sozialleistungen wurden eingeschränkt. Es folgte eine riesige Welle von Entlassungen. Und der Lebensstandard der Chilenen wurde drastisch gesenkt. Das sind also die Folgen für die einfachen Leute. Heute noch sind die Neoliberalen von ihrem Konzept überzeugt. Und wir sehen auch das Wirken der Neoliberalen. Das haben wir gesehen zum Beispiel bei der Rettungsaktion in Griechenland. Das war nichts anderes als das Tun von Neoliberalen. Die haben die ganzen Austeritätsprogramme durchgesetzt. Die haben gesagt, wir sollen, lass den Markt machen, wir nehmen die Regierung aus dem Spiel. Gleichzeitig aber ist interessant, dass die Neoliberalen die Ersten waren, die für Hilfspakete gestimmt haben, damit die griechischen, dass die griechische Regierung ihre Schulden bei den westlichen Banken wieder bezahlen konnte. Es ist ja so, dass diese ganzen Hilfsprogramme an Griechenland nie Hilfsprogramme gewesen sind, sondern das ist Geld, was hier eingesammelt wurde, was rübergegeben wurde, was sofort von der griechischen Regierung wieder an westliche Banken weitergeleitet wurde. Das heißt, es ist ein Kreislauf, der niemandem in der Bevölkerung genutzt hat, sondern nur den großen internationalen Investoren. Gut, soviel zum Neoliberalismus. Neoliberalismus kommen wir zur Globalisierung. Dem großen Geld ist damals sehr schnell klar geworden, dass Lohnsenkungen irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Der Mensch braucht ein Dach über dem Kopf, er braucht etwas zu essen und es gibt eine untere Existenzgrenze. Aber das Entscheidende ist, diese Existenzgrenze sieht von Kontinent zu Kontinent unterschiedlich aus. In Afrika und in Asien brauchen die Menschen erheblich weniger, um leben zu können. Und diese Erkenntnis hat damals dazu geführt, dass man Millionen von Arbeitsplätzen im Westen in den Industriestaaten abgebaut und in Entwicklungsländer verlegt hat. Auf diese Weise ist durch die Globalisierung China zur größten Werkbank der Welt geworden. Und das Interessante dabei, finde ich, ist die Rolle, die die Kommunistische Partei in China gespielt hat. Denn bevor China zur Werkbank der Welt werden konnte, hat es in China ein brutales Massaker an Studenten und an jungen Leuten gegeben. Und zwar 1989 auf dem Platz des himmlischen Friedens. Damals hat sich der Teil der Kommunistischen Partei durchgesetzt, der China für den westlichen Kapitalismus öffnen wollte und tatsächlich auch es geschafft. Mit Deng Xiaoping hat ja die neue Ära in China angefangen. Und da haben Leute, die sich als Kommunisten ausgeben, praktisch ihr eigenes Volk, den größten Kapitalgebern im Westen angeboten als billige Arbeitskräfte. Das ist so eine der für mich ganz großen Ironien der Geschichte. Inzwischen ist China in den Schatten gestellt worden durch andere Länder, die noch billiger produzieren können. Noch billiger produziert wird heute in Pakistan und vor allem in Bangladesch. Also wir haben ja gerade vor zwei Jahren diese Katastrophe in Bangladesch in den Nachrichten verfolgen können, wo ein Haus zusammengebrochen ist, wo man sich gefragt hat, wie kann das sein, dass wenn ein Haus zusammenbricht, es 1000 Tote gibt. Daran kann man ungefähr ermessen, unter welchen Arbeitsbedingungen in diesen Ländern gearbeitet wird. Die Globalisierung war also praktisch die Ausgliederung dieser Arbeitsplätze, also der Versuch der Konzerne, die Lohnkosten zu senken. Indem die Konzerne also in diese Länder gegangen sind, haben sie dann auch wieder andere Konzerne nachgezogen. Also wenn meinetwegen ein Textilkonzern da rübergegangen ist, musste er Fabriken bauen lassen. Wenn diese Fabriken dann standen, musste eine Infrastruktur errichtet werden. Das heißt, dann wurden Verkehrsbetriebe rübergeholt. Und so sind immer mehr Betriebe in diese Länder gegangen, haben da investiert, auch sehr viel Geld gemacht. Und die Banken sind dann natürlich nachgezogen, weil die Betriebe miteinander konkurriert haben. Und um einen Vorsprung gegenüber den anderen zu haben, haben sie nicht gewartet, bis sie das Geld eingenommen hatten, sondern auf Kredit das Ganze gemacht. Und das war wieder eine gefundene Goldgrube für die Banken. Damit kommen wir jetzt zum ganz entscheidenden Punkt, und zwar einem, der dem Laien auch erstmal auf den ersten Blick ganz wenig sagt, und das ist die Deregulierung. Aber ich denke, dass die Deregulierung etwas ist, was heute wirklich jeder verstehen müsste, weil die Deregulierung uns in den letzten Jahren in die Situation geführt hat, in der wir uns zurzeit befinden. Also wir haben von dem Nachkriegsbuben gesprochen. In dem Nachkriegsbuben damals zwischen 1948 und 1973 haben die deutschen Konzerne ja relativ viel Geld gemacht. Der ganz große Gewinner damals waren aber die Banken. Weil wie ich eben ja schon erklärt habe, die Konzerne sich Konkurrenz machen, deswegen also Kredite aufnehmen, um einen Vorsprung zu gewinnen. Der große Gewinner im Hintergrund sind die Banken. Und damals, die größte Deutsche Bank, die Deutsche Bank, hat Vertreter gehabt, glaube ich, in 250 oder 280 großen Konzernen. Man sprach ja damals auch von der Deutschland AG. Das Problem war, als dieser Nachkriegsbuben dann zu Ende ging, so um 1973 herum, begannen die Gewinne der Banken zurückzugehen. Und das heißt, und auch die Gewinne der Konzerne. Und die erste Maßnahme, die damals ergriffen wurde, war, dass man versucht hat, die Löhne zu senken. Und interessant ist jetzt der Wechselbezug zur Politik. Also in Deutschland war 1969 Willy Brandt mit seiner sozialliberalen Koalition an die Macht gekommen. Und Willy Brandts Macht hat sich sehr stark auf die Gewerkschaften gegründet. Und Willy Brandt hat damals eine relativ großzügige Tarifpolitik gegenüber den Gewerkschaften zugelassen. Und das hat den Konzernen natürlich nach 1973 überhaupt nicht mehr gefallen. Also wurde Willy Brandt damals gekippt. Damals wurde er abgelöst durch Helmut Schmidt, ein Mann, der sofort die Gewerkschaften diszipliniert hat und dafür gesorgt hat, dass bei den Tarifauseinandersetzungen weniger Zugeständnisse gemacht wurden. Aber auch das hat den Konzernen und den Banken damals nicht gereicht. Und deswegen ist Helmut Schmidt damals auch ziemlich bald wieder abgelöst worden durch Helmut Kohl, der dann den Banken wirklich einen Freibrief nach dem anderen gegeben hat. Also Helmut Kohl ist, glaube ich, 1982 an die Macht gekommen. Und mit Helmut Kohl hat damals in Deutschland die große Deregulierung eingesetzt. Rückenwind hat Helmut Kohl damals bekommen aus dem Ausland. Und zwar durch zwei Politiker, deren Namen heute noch jeder kennt. Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Zwei ultra-neoliberale Politiker, die beide sich auf das Revers geschrieben haben damals, sie wollten den Banken ganz große Zugeständnisse machen und der Finanzindustrie ganz große Geschenke machen. Das Interessante da ist auch wieder der Wechselbezug zwischen Finanzpolitik und Sozialpolitik. Weil das Erste, was Ronald Reagan damals gemacht hat und was wirklich um die Welt gegangen ist, war, dass er einen Streik auf ziemlich harte Weise beendet hat und den Gewerkschaften ein ganz starkes Signal gesendet hat. Das war der Patco-Streik. Das waren damals die Fluglotsen. Das war im Jahre 1981, im August. Da haben in Amerika die gesamten Fluglotsen im gesamten Land gestreikt. Und Ronald Reagan hat damals gesagt, pass auf Leute, ich gebe euch 48 Stunden. Wenn ihr innerhalb von 48 Stunden den Streik nicht abbrecht, dann werde ich euch alle entlassen. Und das hat damals keiner geglaubt, aber tatsächlich, er hat es durchgezogen. Er hat die Leute alle gefeuert. Er hat denen ein lebenslanges Berufsverbot erteilt. Und er hat auf diese Weise den Gewerkschaften ein ganz deutliches Signal ausgesendet, dass von da an bei den Tarifverhandlungen kein Platz mehr ist für Zugeständnisse. Etwas ähnliches hat Margaret Thatcher vier Jahre später gemacht. Da fand in England der große Bergarbeiterstreik statt. Der dauerte über ein Jahr und den hat sie mit brutaler Polizeigewalt damals auseinanderjagen lassen. Und das war auch ein Signal an die britischen Gewerkschaften. Und man muss sagen, dass die britischen Gewerkschaften sich bis heute von diesem Schlag nicht erholt haben. Das Ergebnis dieser Politik von Reagan und Margaret Thatcher kam 1986 zustande und ist heute noch bekannt als der Big Bang im Finanzsystem. Also der große Urknall im Finanzsystem. Dann wurde nämlich in der City of London ein Gesetz erlassen, das die Trennung zwischen normalen Banken und Investmentbanken aufgehoben hat und außerdem die Kontrollfunktion von staatlichen Kommissionen abgeschafft hat. Das war eine finanzielle Revolution, die den Banken praktisch einen Freibrief für ungebremste Spekulationen gegeben hat. In Deutschland hat Helmut Kohl sofort nachgezogen. Er hat 1990 und 1994 die ersten Finanzmarktförderungsgesetze auf den Weg gebracht. Aber auch sein Nachfolger, Gerhard Schröder zusammen mit Joschka Fischer damals, also die rot-grüne Regierung, ist in die gleiche Richtung weitergegangen. Die haben 1998 und 2001 das dritte und das vierte Finanzmarktförderungsgesetz auf den Weg gebracht. Das letzte der rot-grünen Koalition hat die Anlagemöglichkeiten von Fonds erweitert, hat den Derivatehandel im Immobiliengeschäft erlaubt und hat Unternehmen von Steuern auf Veräußerungsgewinne befreit. Das war also auch ein Freibrief für die Finanzindustrie nach dem anderen. 2004 folgte dann das von Herrn Müntefering durchgebrachte Investmentmodernisierungsgesetz, das den Einsatz von Derivaten erweitert hat und die Tätigkeiten von kapitalgesellschaften ausgedehnt hat und Hedgefonds zugelassen hat. Ganz interessant ist, dass das Gesetz, was die Hedgefonds zugelassen hat, in seiner ersten Fassung, die habe ich mir mal angeguckt, dass da drin stand, dass die BaFin, das ist die Bundesaufsichtsbehörde für die Finanzdienstleistungen, dass die die Hedgefonds überwachen sollte. In dem schlussendlichen Gesetzesentwurf war die BaFin nicht mehr erwähnt. Das ist kein Wunder, weil die Banken damals an dem Gesetzentwurf selbst mitgewirkt haben. Also ganz wichtig, um die Funktionsweisen dieser ganzen Gesetze und dieser ganzen Deregulierung zu verstehen, ist, dass man sich klar wird darüber, was das wichtigste Finanzinstrument in der Welt heute ist. Und das wichtigste Finanzinstrument in der Welt heute sind Derivate. Derivate sagen dem normalen Menschen relativ wenig. Und deswegen ist es so besonders entscheidend, sich darüber mal klar zu werden, was die für eine Bedeutung haben. Weil der Finanzsektor heute ist unendlich viel größer als die Realwirtschaft. Und im Finanzsektor, der absolut größte Raum, wird eingenommen von Derivaten. Wenn man heute irgendeinen Banker fragt, sagt mir, erklär mir ein Derivat, dann wird der Banker sagen, pass mal auf, das ist sehr, sehr schwierig. Da gibt es so unendlich viele verschiedene. Aber das ist eine Art und Weise, wie wir uns vor Risiken absichern. Und wenn man heute einen Professor fragt, wird der sagen, ja, tatsächlich, das ist ein Instrument der Absicherung. Das hat seinen Ursprung im 16. Jahrhundert. Damals haben sich die Bauern gegen Ernteausfälle abgesichert. Und dazu sind die Derivate damals eingeführt worden. Das ist zwar historisch richtig, hat aber mit den Derivaten, so wie sie heute eingesetzt werden, absolut überhaupt nichts zu tun. Und deswegen will ich mal versuchen, Derivate zu erklären, so dass ein normaler Mensch die auch verstehen kann. Also das Wort Derivat kommt vom lateinischen Verb Derivare, und das heißt ableiten. Derivate sind also Finanzprodukte, deren Preis sich vom Preis eines anderen Produktes ableitet. Bei diesem anderen Produkt, das man als Basiswert bezeichnet, kann es sich um alles Mögliche handeln. Einen Rohstoff, einen Aktienkurs oder auch einen Zinssatz. Zu den Derivaten zählen solche Dinge wie Swaps, Futures, Forwards, alles Begriffe, die dem Laien überhaupt nichts sagen. Die aber alle eines gemeinsam haben. Es handelt sich um sogenannte Terminkontrakte. Bei einem Terminkontrakt setzt man darauf, dass ein Basiswert steigt oder fällt. Das heißt also, Derivate sind im Grunde nichts anderes als Wetten. Um zu verstehen, wie Derivate sich in unserer Zeit so ausbreiten konnten, muss man sich die Weltwirtschaft einfach mal als einen Großmarkt vorstellen. Einen Großmarkt, auf dem die Bauern ihre Waren anbieten, auf dem Zwischenhändler diese Waren aufkaufen und sie anschließend an Einzelhändler weiterverkaufen. Neben diesem Großmarkt befindet sich eine Bank, die das klassische Bankgeschäft betreibt, die also Kredite vergibt. Das Geschäft dieser Bank läuft so lange gut, bis eines Tages die Bauern genügend Felder haben, die Zwischenhändler ausreichend Autos besitzen und die Einzelhändler ihre Läden abbezahlt haben. Jetzt gerät die Kreditvergabe der Bank ins Stocken. Die Bauern brauchen zwar ab und zu neue Landmaschinen, die Zwischenhändler hin und wieder neue Autos und die Einzelhändler bauen ihre Läden ab und zu um, aber das große Geschäft ist für die Bank nicht mehr zu machen. Das war die Situation 1973. In dieser Situation kommt der Banker jetzt auf folgende Idee. Er eröffnet auf dem Großmarkt einen eigenen Stand und bietet an diesem Stand Wetten an. Zuerst lässt er die Leute darauf wetten, ob an einem Tag mehr Äpfel oder Kartoffeln verkauft werden. Dann lässt er sie wetten, welche Apfelsorte wohl am besten verkauft werden. Und da sich das Geschäft gut entwickelt, entwickelt der Banker immer neue, immer weiter verfeinertere Wetten. Werden zum Beispiel rote oder grüne Äpfel besser verkauft, inländische oder ausländische, solche mit großem oder mit kleinem Kerngehäuse. Tatsächlich geht der Plan des Bankers auf. Immer mehr Bauern und Händler, aber auch Kunden des Marktes, nehmen an diesem Wettgeschäft teil. Kein Wunder, denn Wetten ist einfach, erfordert keine Arbeit, sondern nur den Wetteinsatz. Außerdem lassen sich durch Wetten schnell hohe Gewinne machen. Das Ganze hat aber auch eine Kehrseite. Mit der Zeit vernachlässigen immer mehr Bauern und Händler ihre eigentliche Tätigkeit. Die Qualität der Waren auf dem Großmarkt lässt zunehmend nach. Und schließlich beginnen einige Bauernhöfe, Fuhrparks und auch einige einzelne Händelsgeschäfte zu verfallen. Außerdem hat die entstandene Wettsucht noch eine weitere Folge. Diverse Händler und Bauern verzocken sich und gehen pleite. Einige wenige dagegen, die sich aufs Wetten konzentrieren, machen Riesengewinne und verabschieden sich aus ihren Berufen, um Profizocker zu werden. Der größte Gewinner aber, und das ist das alles Entscheidende, ist die Bank, die ja von Anfang an an jeder einzelnen Wette verdient hat und die aufgrund ihres Informationsvorsprungs am Ende alle Beteiligten beherrscht und das Spiel grenzenlos zum eigenen Vorteil manipulieren kann. Genau das ist die Situation, in der wir uns heute weltweit befinden. Die Ausuferung von Derivaten hat dazu geführt, dass die Realwirtschaft verkümmert und das Wettcasino sich dreht wie nie zuvor. Und das Ganze mit dem Ergebnis, dass heute eine winzige Anzahl von Menschen, nämlich Banker und Profizocker, immer reicher werden und das Geschehen bestimmen, während die große Masse hilflos zusehen muss, wie ihr Lebensstandard nach und nach immer weiter sinkt. Also soviel zu den Derivaten und was ich jetzt anschließen möchte, ist, dass ich ein einziges Derivat nochmal herausgreife, um zu zeigen, welche Perversionen im Finanzsystem heute Gang und Gebe sind. Und zwar das Wichtigste aller Derivate ist die Kreditausfallversicherung, im Englischen Credit Default Swap, CDS genannt. Um die zu verstehen, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben einiges Geld auf der Bank und wollen eine bestimmte Summe davon einem Unternehmen als Kredit zur Verfügung stellen. Dann schließen Sie mit dem Kredit mit dem Unternehmen einen Vertrag ab, in dem die Höhe des Kredits, seine Laufzeit und ein bestimmter Zinssatz, den das Unternehmen an Sie zu zahlen hat, festgelegt werden. Danach aber beschleicht Sie der Gedanke, dass wir ja in unruhigen Zeiten leben und niemand Ihnen garantieren kann, dass das Unternehmen, dem Sie den Kredit gewährt haben, nach der vereinbarten Laufzeit tatsächlich in der Lage sein wird, Ihnen Ihr Geld samt Zinsen auszuzahlen. Was also tun Sie? Sie gehen zu einer Bank und lassen sich Ihren Kredit versichern. Das heißt, Sie zahlen der Bank einen bestimmten Betrag und die Bank garantiert Ihnen im Gegenzug, dass Sie das Geld selbst dann bekommen, wenn das Unternehmen während der Laufzeit des Kredits pleite geht. Das alles sind klare Abmachungen, die niemandem schaden, sondern allen Beteiligten nutzen und Sie ruhig schlafen lassen. Aber jetzt kommt im Jahre 1949 eine amerikanische Bankerin namens Blythe Masters und ihr Team von der Großbank JP Morgan ins Spiel. Deren Kreditausfallversicherung CDS kann nämlich nicht nur vom Kreditgeber, sondern von jeder beliebigen Person oder Institution, die nicht an der Kreditvergabe beteiligt war, abgeschlossen werden. Und das nicht nur bei einer Bank, sondern bei beliebig vielen Banken. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass Profis im Finanzgewerbe, die mehr Informationen besitzen als andere Marktteilnehmer, sich umgehend auf die Suche nach Unternehmen machen, von denen sie annehmen, dass sie ihre Kredite möglicherweise nicht zurückzahlen können. Das allein hat schon erhebliche Folgen. Das bewirkt nämlich, dass der Schaden im Fall des tatsächlichen Zusammenbruchs eines betroffenen Unternehmens sich vervielfacht, da die Ausfallversicherungen ja nicht nur an den Kreditgeber, sondern auch an all diejenigen, die die Kreditausfallversicherungen abgeschlossen haben, ausgezahlt werden müssen. Der Schaden vervielfacht sich. Es geht aber noch weiter. Statt nämlich auf die Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens zu warten oder darauf zu hoffen, können Großinvestoren aufgrund ihrer Marktmacht ja nachhelfen. Sie können den Untergang eines Unternehmens beschleunigen oder im Extremfall sogar selbst herbeiführen. Wer also über viel Geld verfügt, kann folgendermaßen vorgehen. Er sucht sich ein Unternehmen, das nicht auf festen Beinen steht, schließt massenweise Kreditausfallversicherungen darauf ab, kauft es anschließend auf, schlachtet es aus und treibt es in den Ruin. Die Folge, das Unternehmen ist bankrott, Arbeitsplätze gehen unwiederbringlich verloren, aber der Verursacher der Krise hat ein Vermögen eingestrichen. Genau das ist 1998 in ganz großem Stil passiert. Und zwar gab es damals einen Hedgefonds, Long Term Capital Management in New York, der im Währungsbereich sehr hoch spekuliert hat. Also das Irre an dieser ganzen Sache ist, dass dieser Hedgefonds gegründet worden ist von zwei Nobelpreisträgern und einem Wall Street Profi. Und die haben damals sich ein paar mathematische Modelle ausgedacht, wie man über Währungsschwankungen weltweit möglichst viel Geld aus diesen Schwankungen herausziehen könnte und haben dann auf den russischen Rubel gewettet und ihr Problem war, das große Pech war, dass dieser russische Rubel damals zusammengebrochen ist, weil die russische Wirtschaft damals auch zusammengebrochen ist. Das aber haben einige von den Profi-Investoren an der Wall Street mitbekommen und haben in den letzten Wochen vor dem Zusammenbruch ganz schnell ganz viel Kreditausfallversicherung auf Long Term Capital Management abgeschlossen. Also Long Term Capital hatte damals ein Eigenkapital von 4 Milliarden, die haben Überhebelungseffekte aus diesen 4 Milliarden ungefähr 40 bis 50 Milliarden gemacht und mit diesen 50 Milliarden spekuliert, aber die Kreditausfallversicherungen, die auf dieses gehebelte Geld abgeschlossen wurden, beliefen sich am Schluss auf ungefähr eine Billion Dollar. Als Long Term Capital Management dann zusammengebrochen ist, wären eine Billion Dollar von den Banken fällig geworden, die diese Kreditausfallversicherungen abgeschlossen hatten. Das hätte einige von den Großbanken an der Wall Street in allergrößte Bedrängnis gebracht und möglicherweise einen Domino-Effekt ausgelöst, der das gesamte Finanzsystem zu einem Zusammenbruch gebracht hätte. Interessant ist, dass es damals Sitzungen, Notsitzungen gab zwischen dem Chef der Federal Reserve, zwischen den Chefs aller Banken und der CIA. Die haben zusammen sich einen Notplan überlegt und dieser Notplan sah nachher so aus, die Banken haben sich zusammengetan, bei denen diese Kreditausfallversicherungen abgeschlossen worden waren und haben einen Verlust von ungefähr 4 Milliarden hingenommen, indem sie nämlich den Hedgefonds aufgekauft haben und die ganzen Kreditausfallversicherungen auf diese Art und Weise praktisch verschwinden haben lassen. Das Entscheidende an der ganzen Sache ist aber, dass damals wirklich das gesamte weltweite globale Finanzsystem auf der Kippe stand. Und das Irre an dieser Sache ist, dass kaum jemand in der Welt das gemerkt hat oder mitbekommen hat und dass die Verantwortlichen auch niemanden informiert haben, weil damals war klar, diese Kreditausfallversicherung ist ein absolut tödliches Instrument. Interessant ist, dass der größte Investor Amerikas, Warren Buffett, diese Kreditausfallversicherung selbst damals als finanzielle Massenvernichtungswaffe bezeichnet hat. Es ist also nach 1998 nichts passiert und deswegen haben diese Kreditausfallversicherungen 2008 auch wieder eine ganz große Rolle beim nächsten großen Crash gespielt. Aber ich denke, es ist relativ warm hier drin und das ist ja ein relativ schwerer Stoff, mit dem wir uns hier befassen. Ich denke, es ist vielleicht ganz angenehm, wenn wir mal eine kleine Pause von fünf oder zehn Minuten machen. Okay. Danke. Applaus Applaus Vielen Dank.